Hier ist live aus Berlin, der einzigartige Rüdiger Hoffmann. Wir waren allen Ernstes mit Olaf und Birte im Pärchenurlaub. In Dänemark, im Ferienhäuschen. Wir Vollidiotchen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass meine Bekannte daran schuld war. Aber Fakt ist, meine Bekannte war daran schuld. Lass uns doch dieses Jahr mal was anderes ausprobieren. Das war der Satz, der uns in die Scheiße geritten hat. Direkt in die Pärchenhölle. Ja, ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten. Aber mir ist ja neulich was ganz Tolles passiert. Ich bin endlich über 40 geworden. Wahnsinn, ne? Ja, aber wirklich, wenn ich das gewusst hätte, wie toll das ist, da wäre ich schon viel früher über 40 geworden. Wirklich, kann ich jedem nur raten, da wären Sie auf jeden Fall über 40. Das ist wirklich toll. Also 30 kann man ruhig überspringen, aber 40 ist echt der Hammer. Ehrlich, wenn ich das gewusst hätte, wie toll das ist, da wäre ich schon mit über 40 auf die Welt gekommen. Wirklich. Echt. Na ja, ich merke schon hier, die Jüngeren im Saal denken so Menschen in Anführungsstrichen ab 40. Das sind doch im Grunde nur noch so was wie Freigänger. Auf dieser Ausstellung Körperwelten. Typen, die schon mal ganz unverbindlich im Urnenkatalog blättern. Ey, aber Kids, ihr habt überhaupt keine Ahnung. Ab 40, da geht es so richtig los. Wirklich. Da wird alles besser. Echt. Auch körperlich. Wirklich. Echt, ich wache manchmal mitten in der Nacht auf und bin ratten-scharf. Ja, und dann gehe ich pinkeln und lege mich wieder hin. Ja, das ist, ja.